Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Harley Quinn scheint sich auf eine Belagerung vorzubereiten. Was hat sie vor? Finde Batman und sieh zu, dass du von dort verschwindest, okay? Keine Sorge, Barb. Du kennst mich doch. Du klingst genau wie er. Du wolltest mich da verrecken lassen. 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 Verdammt, wer ist dieser Loser? Das ist Robin. Tötet ihn! Ich nehme dich auseinander! Schnauze, ihr Idioten! Ich versuche nachzudenken! Tut es weh? Halt dein blödes Mord! Du kannst vom Glück reden, dass ich dich noch brauche! Barb, ich habe die vermissten Beamten gefunden. Quinn hat sie. Irgendeine Spur von Bruce? Negativ. Ich werde weitersuchen. Harley hat dem Polizisten gesagt, dass sie noch was mit ihnen vorhat. Sie durften vorerst in Sicherheit sein. Sei vorsichtig. Es wird alles gut. Versprochen. Glaubst du? Er ist nicht mehr derselbe, seit... Er spricht nicht mal mehr über Talia und der Joker. Sobald wir ihn gefunden haben, helfen wir ihm. Mehr können wir nicht tun. Bitte. Das GCPD wird diesen Bereich stürmen. Ihr werdet alle sterben. Ach ja. Das glaube ich nicht. Du bist verrückt? Nein. Ich trauere. An deiner Stelle würde ich mir das merken. Okay. Was soll ich mit dir machen? Was war denn, Mr. Jade? Vielen Dank. Die Kanzler in der Kanzlerquake, die Ereignisse abgeben werden, dass es besondere Kanzlerkrankes gibt, und die Kanzlerkrankheiten in der Kanzlerquake in die Kanzlerquake, die sich verwendet ist. Was? Guten Abend, Gotham. Hier spricht Vicky Dale. Ich berichte für Sie live aus Arkham City. Harley Quinn und DC TV belagern sich jetzt bereits seit zwei Tagen. Vor wenigen Minuten hatte ich die Gelegenheit, Commissioner Gordon über Batmans Verschwinden zu befragen. Der Einsatz ist noch nicht beendet. Wie Sie sehen können, unternimmt das GCPD alles Menschenmögliche, um den Bereich abgeriegelt zu halten. Meldungen zufolge ist Batman in Arkham City. Was können Sie dazu sagen, Commissioner? Soweit ich mich erinnern kann, es wählt, fällt Batman nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Wollen Sie etwa abstreiten, dass seine Aktionen von Ihnen stillschweigend gebilligt werden? Und was ist mit Jokers Leiche? Können Sie Gotham sagen, wo sie ist? Wir sind hier fertig. Schaffen wir diese verdammten Reporter vom Hals? Gerüchten zufolge, es hat ein Begeltungsschlag, dass über das Joker vor zwei Wochen getötet wurde. Arkham City ist in uns rückwärts nicht abgeliebt. Das ist gehofftliche Sicherheit. Meine Erfahrung nach ist Arkham City kein Ort, an dem man länger fett, wenn zu Ende ist. Ich bitte nicht... Gibt's was Neues von Harley? Ne, die heult vermutlich immer noch. Sie muss endlich mal drüber hinwegkommen. Sie wird langsam zu einer Belastung. Sonst noch was? Hast du vor, den Laden zu übernehmen? Vielleicht. Pff, das will ich sehen. Glaubst du, ich hab's nicht drauf? Na, was zeichnet dich aus? Freeze ist ein verrückter Wissenschaftler mit einer Kältekanone. Two-Face hat eine vernarbte Fresse. Was hast du? Mir fällt schon was ein. Na klar. Du hast zu Thanksgiving mal eine ganze Familie umgelegt, weil deiner Mama der Truthan angebrannt war und du einen neuen besorgen solltest. Das war's aber auch schon. Truthan, Mann? Gefällt mir. Hältst du jetzt dein verdammtes Maul oder muss ich es dir erst stopfen? Was ist los, Truthan, Mann? Schnauze! Ich mein's ernst. Entspann dich. Wir machen nur Spaß. Schnauze! Ich weiß, aber was sollen wir tun? Sein Jokers Tod ist Harley total irre. Wie war vorher schon irre? Tja, nun. Jetzt ist sie noch irre. Sie will nur ihre Rache. Du hast sie gehört. Wenigstens hat sie Batman. Vielleicht kommt die wieder runter, wenn er tot ist. Das bezweifle ich. Die hat eine Mache. Woher wollen wir wissen, dass sie uns nicht bei einer ihrer total durchgeknallten Racheaktion verheizt? Es wäre ja nicht das erste Mal, dass jemand genau das versuchen würde. Ein guter Einwand. Wir brauchen einen Plan. Wir müssen uns überlegen, was wir machen, falls es hier schlimmer wird. Schlimmer? Joker ist tot, Harley durchgeknallt und wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Wie viel schlimmer soll's bitteschön werden, hm? Schlimmer geht immer. Wen haben wir denn da? Batmans kleiner Freund ist hier, um für Ordnung zu sorgen. Was ist? Vermisst du ihn? Was willst du tun? Hast du Schiss oder was? Vorsicht! Robben! Ich bin nicht. Ich bin nicht. Das war's. Nichts. Nur keine Sorgen. Jeder, der hier langkommt, wird es schrecklich bereuen. Das will ich hoffen. Ich hab den Kontakt zu den anderen verloren. Das gefällt mir ja. Ist gar kein Problem. Wenn ich den Penner erledigt hab, wird alles gut. Kann ich dich dann mal besuchen kommen? Was? Nichts. Hast du gerade versucht, mich anzubuddern? Nein, ich... Ich mein, ich wollte nur höflich sein. Und helfen. Ich bin ein Sitze. Glaubst du, dass du den Vergleich mit meinem Joker standhalten könntest? Er... Er hatte alles, was eine Frau sich wünscht. Ich vermisse ihn nur. Und du? Du glaubst, es sei okay, in sein Revier einzudringen? Nein, bitte. Das ist nicht... Oh, ich verfehle. Nein, echt. Vielleicht verzei ich dir. Enttäuschlich ist du, dass du geräuschst. Oh, ich bin der Nummer nicht. Oh, ich bin der Nummer nicht. Ich bin der Nummer nicht. Hallo, bist du noch da? Ach, kann ich das noch mal? Was ist denn mit der Situation los? Hallo? Hörst du mich? Ich weiß, dass du hier bist. Ich bin echt nicht zu spät. Los, verdammt, beeil dich. Ich will nur, dass es ordentlich gemacht wird. Harley übertreibt's. Batman ist vor ihm hier langgekommen. Und jetzt haben wir ihn. Ja, aber was ist, wenn ein anderer Held kommt, um ihn zu retten? Was, meinst du den Jungen, der ihm hilft? Ich hab keine Angst vor Kindern. Was ist mit der Katze? Die hilft ihm auch manchmal. Vor der hab ich auch keine Angst. Tja, ich schon. Und aus diesem Grund mach ich es richtig. Hier komm ich nicht durch. Sie haben die Tür verschweißt. Na los, heb ihn auf. Auf keinen Fall, Mann. Das Ding ist gefährlich. Hast du gesehen, was es gemacht hat? Ist nur ein Gürtel. Nein, es ist Batmans Gürtel. Na und? Ein Gürtel bleibt ein Gürtel. Was? Hast du Schiss vor einem kleinen Stromschlag? Mach's nicht. Der versucht dich zu verarschen. Tu ich nicht. Ich wusste es. Der Letzte, der den Gürtel aufheben wollte, hat sich einen 50.000 Volt Stromschlag eingefangen. Leck mich. Heb du ihn doch auf. Vergiss es. Das Ding ist gefährlich. Was macht Robin hier? Arkham City wird das Letzte sein, was du siehst. Du wirst hier sterben. Das wird leicht, Missgeburt. Das wird wehtun, Missgeburt. Das wird nicht. Tim, was ist los? Hast du ihn gefunden? Behalt einfach nur den verdammten Bereich im Auge. Ich will nicht, dass diese Irre da rauskommt, klar? Harley Quinn. Ach, wie hast du das erraten? Ihre Schläger haben meine Jungs in einen Hinterhalt gelockt und zum Stahlwerk geschleift. Wir kommen nicht ran. Ich erledige das. Bist du sicher? Du weißt, dass sie dir die Schuld gibt, oder? Könnte eine Falle sein. Ziehen Sie sich zurück, damit es keine Verletzten gibt. Ich übernehme den Rest. Wenn hier wieder Ordnung herrscht, müssen wir über das andere Problem sprechen. Schon vergessen? Du siehst furchtbar aus. Ich weiß, dass du dir die Schuld gibst. Lass es. Du konntest nichts dafür. Ich sage dir's. Ich weiß, wie das wäre. Es ist mir ver Ceiste. Ich weiß, was du hier sagt? Was auch passiert, die Bullen sind erledigt. Man wird sie nicht tauchen, hierher zu kommen. Für Bullen noch nie leiden. Ich hoffe, Harry macht sie richtig fertig. Will ich das nicht einfach hinter uns bringen und aus Arkham City verschwinden? Ich friere mir den Wunsch ab. Wieso darf ich eigentlich keinen von den Bullen kalt machen? Was auch passiert, die Bullen sind erledigt. Egal, was die alles sagen, ich weiß, dass Batman Joker ungelegt hat. Ich weiß es einfach. Wieso darf ich eigentlich keinen von den Bullen kalt machen? Musik Oh, 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 oh. Das war's für heute. Das war's für heute.